Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen MMO, Blade & Soul, der jetzt auf meinem Kanal erscheint. Natürlich auch mit anderen Leuten zusammen, allerdings müssen wir erstmal noch den Prolog bestehen. In der letzten Folge haben wir ja die Charaktererstellung gemacht, die recht lange gedauert hat. Und jetzt wollen wir einfach das Spiel starten. So, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ja, das dauert irgendwie lange. Naja, wir werden es so machen, ich glaube nicht, dass wir das Spiel 100%ig verfolgen werden, sondern immer unterschiedliche Szenarien spielen und zeigen und aufnehmen. Also wir werden auch so privat mal spielen und dann halt bloß aufnehmen, wenn wir Lust haben. Das heißt, das Spiel wird jetzt nicht irgendwelche Zusammenhänge haben, weil es ist ja auch nicht unbedingt Story-lastig, außer jetzt der Prolog. Also so eine kleine Story ist mit drin, aber ich denke nicht, dass das so wichtig ist, ist, dass man alles aufnehmen muss. Oh, es geht los. Oh, es geht los. Oh, es geht los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Merke ich mir das sowieso nicht, also ich müsste es dann mir einprägen, indem ich es halt mache Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt, äh, müssen wir E drücken, um sie anzuziehen Ja, wir haben endlich was an So, jetzt müssen wir nochmal mit ihr sprechen Ja, ich komme ja, ich komme ja, hier sind wir schon Aha, er ist auch so, noch so eine Schlafmütze Ach, hier gibt's noch ein Beispiel, äh, hier gibt's noch ein Beispiel, äh, hier gibt's noch ein Beispiel, äh, da Ja, okay Sprichst du? Sprichst du? Nö Well, one of these days, I'm gonna win No one can stop Gil Hong Naja Weiß ja nicht Oh, hello So Nochmal mit ihr sprechen Spricht sie? Spricht sie? Nö Anscheinend nicht, oh Gott Okay, great We'll all be ready to meet Master Hong on time Mostly Anyway Oh, and Young Mooks Looking for you Okay So Follow me Ich folge dir Hui Wir springen sehr hoch, das ist schon mal sehr gut In Spielen, wo man springen kann, mag ich Also, ich spring dann immer die ganze Zeit Das ist voll lustig Der ist riesig Hallo Ah, wir sind relativ, äh Normal groß, sehe ich gerade Das ist ganz schön Gut Okay Looking for Lusum Oh Gott, wir stehen in ihm So Sprinten Mit Shift Ja, wir können sprinten Oh, ihr folgen Warte Ich komme schon Sie ist viel schneller als ich Los Hui Okay, ich glaube, sie hat auch keine Ausdauer mehr Oh, ist das schön Hmm The clouds Are rolling in Lusum Brother Lusum What are you doing here? Everyone's waiting Yes, I was about to head down Oh, a little cricket is up early today With my help, I might add Huh? Hmm, what's the matter? Oh, you're there Oh, maybe not But there was a woman in white in the sky Still have a sleep, huh? Oh my god So, wir müssen nochmal mit ihm sprechen So, wir müssen nochmal mit ihm sprechen Okay, ich habe ein bisschen zu spät Beklickt, aber Wir können es nochmal machen Ja So, jetzt müssen wir mit dem kleinen Kerl hier reden Everyone is here? Good Gather around me, then Closer, please I have something important to tell you, and My voice is not what it once was Long ago, the Hongmoon school was known throughout the earthen realm People from around the world wanted to learn our techniques The Hongmoon arts I am unable to teach as many students as I once did Only a select few have I chosen to lead down the path of Hongmoon Our techniques are powerful And only the compassionate and the honorable should wield them To walk the path of Hongmoon and learn its secrets You must act selflessly Help those in need Uphold justice And live with integrity That is the path of Hongmoon I do not take the Hongmoon arts lightly I will only impart the martial tome to those who are ready to follow the path So keep training and keep treating each other well You will all learn in time Now, where was I? Ah, yes Cricket, come with me, please Okay Run along now Okay, also wir sollen allein hier ruchen Gut, machen wir das mal Aha, da ist er auch schon So To take the book So, jetzt müssen wir hier hin Take all So Press the key Key to open it Okay Okay Machen wir jetzt alles? Muss ich hier noch irgendwas machen? Ja, ein Hund Nee, anscheinend nicht I am entrusting this book to you It may not seem to be of much help now But as you gain a new level of understanding This tome will show you new skills and techniques Let it serve as a guide as you continue along your path Now that you have this book to study You are ready to train in the Hongmoon arts I usually get my students more personal attention But I am not well Young Muk is an excellent teacher Take the book to him at the dual hall Listen well and practice hard I know you'll make me proud, Cricket Ja, klar Machen wir mal So Äh, gut Dann Okay Äh, wo lang müssen wir jetzt? Erstmal hier runter wahrscheinlich Hui Ach, da hinten Äh, da ist ein Hund Ich mag Hunde So, da sind schon Kämpfer Ich mag's zu fliegen So Well, why did Master want to see you? He gave me this book He did? The Martial Tome is only granted to students ready for more training The book Master gave you contains all the basic Hongmoon fighting skills You Which means that from this moment forth You are a formal disciple of our clan Congratulations I will personally oversee your training in the martial arts Das tut mir jetzt sehr leid zum weglegen Oh Gott Here, you'll need a training weapon Go ahead and equip it Okay So Open your inventory And right click on your weapon to equip it You must equip a weapon Achso So, jetzt haben wir ein Schwert Focus on your training Okay Exit Muss ich jetzt mit? Anscheinend Anscheinend And you will see the available skills at the bottom of the screen Pressing left mouse button repeatedly uses miss slash, do slash, and moon slash consecutively Gain focus by using these skills Focus is consumed when you use other more powerful skills Ah Okay This is Get kaput Ah, okay Uh Was, 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 was ist das? So Wen muss ich jetzt Eins Muss ich hier rein?